Bon Bini, wie man hier auf Bonaire sagt. Mein Name ist Roland Konrad und dies ist unsere Reihe zu Unterwasserfotografie. Welche Kamera eignet sich für Unterwasserfotografie? Das ist das Thema dieses Videos. Ich würde einmal vermuten, dass es in über 80 Prozent der Fälle so ist, dass du bereits eine Kamera besitzt und nun überlegst unter Wasser zu fotografieren oder zu filmen. Und die Frage, die sich stellt, kann ich meine existierende Kamera dazu benutzen? Die Antwort dazu, ohne dass ich dein Modell oder deine Marke kenne, ist ja. Du hast ein Smartphone oder ein Tablet mit eingebauter Kamera, auch das geht. Das einzige, was du brauchst, ist einen passenden Schutz vor dem nassen Element. Sprich, du brauchst ein Unterwassergehäuse. Schon kann es losgehen. Ist es wirklich so einfach? Im Prinzip ja. Nun bräuchte es natürlich nicht eines ausgiebigen Workshops, wenn damit schon alles gesagt wäre. Jede Kamera hat ihre Grenzen. Und bevor du in eine Internetsuchmaschine dein Modell und das Wort Unterwassergehäuse eingibst und dann anschließend auf Kaufen klickst, solltest du wissen, wo diese Grenzen liegen. Und ob du mit deinem System dann die Aufnahmen machen kannst, die du möchtest. Fangen wir also mal mit den weit verbreiteten Kameras an, die es gibt. Die in den Smartphones integrierten Onboard-Kameras. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist wirklich beeindruckend. Die Lichtsensoren sind heute häufig von durchaus überzeugender Qualität. Die verbauten Optiken sind gar nicht so schlecht. Und ja, man kann mit ihnen Fotografie betreiben, sogar Kreative. Weit mehr als nur Selfies für soziale Netzwerke. Schwierig wird es allerdings, wenn wir über das bewusste Steuern von Belichtung, Brennweite und Tiefschärfe sprechen. Und dies spielt in der Unterwasserfotografie eine zentrale Rolle. Warum? Weil alle in Kameras verbauten Automatiken sich immer auf die Überwasserfotografie beziehen. Warum das so ist, dazu findest du mehr im Video-Workshop zur Unterwasserfotografie. Okay, noch etwas genauer, ohne zu sehr mit Details langweilen zu wollen. Die Sensorgröße von Smartphones entspricht bei den besseren Modellen, heute denen von Kompaktkameras. Die 1 Zoll Marke wurde bereits geknackt und die Entwicklung geht weiter. Das ist von daher von Bedeutung, da als Faustregel gilt, je kleiner die Pixel auf dem Sensor, desto höher die Gefahr des Bildrauschens. Größerer Sensor ist also per se erst einmal gut für den Unterwasserfotografen. Denn in der Bildnachbearbeitung können wir Rauschen nicht gebrauchen. Und in der Praxis zeigt sich, dass wir deutlich stärker, z.B. an Farbreglern drehen müssen, als es die normalen Fotografen tun. Jede Kamera, so auch die eines Smartphones, hat ein Objektiv. Sprich eine Öffnung, durch die das Licht einfällt und durch Linsen in seiner Richtung beeinflusst wird. Handys werden flach und kompakt gebaut. Das bedeutet, dass eine aufwändige Optik mit Verstellmöglichkeiten von Blenden und Brennwalden dem Platzmangel zum Opfer fällt. Moment mal, magst du vielleicht sagen. Meine Smartphone-Kameras bietet mir aber einen Zoom und möglicherweise eine Blendenauswahl an. Das mag so sein. In den allermeisten Fällen werden diese aber lediglich digital nachgeahmt. Das heißt, auf das Licht, das auf deinen Sensor fällt, haben deine Einstellungen am Smartphone keinen Einfluss. Wo ist aber das Problem? Ganz einfach. Unter Wasser haben Blende, Verschlusszeiten und Brennweiten andere Effekte als an der Luft. Und keine Kamera ist so programmiert, dass sie diese Effekte mitberechnet. So weit, so mehr oder weniger gut. Smartphone-Kameras haben also Einschränkungen bei der Einstellbarkeit der Optik. In gewissen Grenzen lässt sich damit gut leben. Unter Wasseraufnahmen in lichtdurchfluteten Flachwasser eines tropischen Meeres, so wie hier, kein Problem. Was aber, wenn das Licht weniger wird? Wenn du zum Beispiel in tieferes Wasser gehst, die die Sonne nicht so stark scheint oder das Gewässer einfach drüber ist? Dann brauchen wir eine künstliche Lichtquelle, sprich einen Blitz oder eine starke Lampe. Die schlechte Nachricht? Die fest eingebauten Blitze helfen uns unter Wasser überhaupt nicht weiter. Sie leuchten die Schwebestoffe im Wasser genauso an wie unser Motiv. Ergebnis? Das Foto sieht aus, als würde es auf ihm schneiden. Ein wirklich sinnvolles Unterwasser-Blitzsystem für Smartphones ist bis heute noch nicht auf dem Markt. Falls es jemals kommt, wird es aber höchstwahrscheinlich deutlich teurer sein als Handy und Unterwasserschutzhülle zusammen. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Ich rate niemanden vom Kauf eines Unterwassergehäuses oder einer Unterwasserschutzhülle für sein Smartphone ab. Viel mehr als ein paar nette Erinnerungsfotos aus sehr hellen und klaren Gewässern wirst du aber kaum damit machen können. Wenn dir das reicht, Glückwunsch! Du hast eine vergleichsweise günstige Lösung für dich. Jetzt kommt es nur noch auf deine eigene Kreativität an.